Willkommen zum nächsten Part von Pokémon Uranium. Es ist, glaube ich, jetzt schon Part 7 oder 8. Ich habe mich irgendwie... Ich habe mich verzählt. Keine Ahnung. Ich mache gerade nämlich eine Session. Should we play with friends instead of being here all day? Das klingt irgendwie gruselig. Youngster Bob. Alter, da hat ja jemand hier... ...mein Back-to-Bet-Let's-Play gesehen. Da heißt der Hauptdarsteller auch Bob. Schalala. Harden. Mir ist gerade erst eingefallen, dass meine Pokémon nicht in den besten Conditions sind. Ich sollte die vielleicht mal aufheilen. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh, das ist sehr gut. Ja, das ist prächtig. Jetzt muss ich die ganze Zeit nur auf Enter bashen. Button smashing, button smashing, button smashing. Ja, ein Critical. Rock smash. Und da dürfte kaputt gehen. Oh, ja, aber fast. Aber fast. Sehr gut. Die Defense fails. Das bedeutet, dass... ...eventuell der nächste Rock smash... ...okay. Und Mud ist auch gegen die FFC. Okay. Dankeschön, dass du dich angegriffen hast. Das ist sehr nett freundlich von dir, aber... ...verdammt. Meine Attackmisses... ...es hat noch... Ah, ja, ist egal. Diese Menge ankapiert sich dir so oder so ab. Oh, ja, ja, da will ich neue Games ausprobieren. Okay. I'm on the young side in Mokitown. Oh. Eigentlich nicht, weil... ...da war noch dieser... ...Theo. Der so... ...ein bisschen doof ist. Ach, das ist hier. Okay. Wir sind mal zurück in Mokitown. Das ist cool. Äh, sogar sehr. Muss ich sagen. Gehen wir mal zu kurz zur Großtante. Ah, okay. Ich dachte schon, ey, die wieder heilt mich nicht. Okay. Was? Was will der machen? In die Welt rausziehen? Was? Wieso? Nur weil sein Kind jetzt weg ist? Was ist mit dir los, Kollege? Okay, du... ...sagst nur als... ...deine Mutter hätte ich gerne gesehen, wie du in dieses... ...Abenteuer gehst. Was ist mit dir? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir werden wahrscheinlich einen brauchen bald. Erstmal Pokémon austauschen. Switch to... Chinmunk. Dann würde ich gerne ein bisschen trainieren. Okay, gibt es hier Kopfnussbäume? Ich glaube nicht. Gab es das überhaupt noch nach der zweiten Gen? Ah ja, stimmt. Es gab in den Remakes so ein paar Stellen, wo das ging. Ah, schön. Wasser. Am Strand sein. Oh, ein bisschen kleines Baby-Schwimmer. Mädchen. Alter. Ich habe einen Netzball gefunden. Direkt mal geklaut. Geile Sache. Hey, hey. Hey. Hey, Mama. Just give me Pokémon to play with me. Das sind Pokémon-Spielzeuge oder was? Mann, Mann, Mann. Mama, Tackle. Also, fast ein Drittel zieht das ab. Ich habe gerade schon das Schvortalk voll Gott gelesen. Hat vergessen, irgendwas einzusetzen, nisch? Boah, ich kriege langsam echt wieder Hunger. Das ist echt nicht schön. La, 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 la. Oh, sorry. Ich habe gerade noch was geguckt, bevor wir haben. Oh, das ist scheiße. Mit dem kann man nicht spielen. My children are adorable. Adorable. But they are handful. Hey, let's play Pokémon. Uranium. Boah, ho, 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 ho. Okay, Tuba Johnny. Tuba. Ha, ha, ha. Äh. Rosa. Okay, also. Ich probier's mal. Okay. Okay, es ist normal effektiv, das ist gut. Oh, komm schon, komm schon, das kriegst du hin. Und noch einmal schnell. Dann heilig dich mit einem Potion. Potion, nicht Potion. Potion. Komm, Lennart, eine Attacke. Nein. Ich muss mal nach diesem YouTuber hier suchen, nach diesem Johnny. Really even too. I'm super dark. My mom makes me stay here all day. Ha, ha, ha. So, ja, ja, das kenn ich. Ich hab es gehasst. Und deswegen war ich schon seit Jahren nicht mehr im Urlaub. Da ich keinen Bock hab, mit den Eltern zu fahren. Und als Azubi wollte ich's mir nicht leisten. Und jetzt als Student kann ich's mir nicht unbedingt leisten. Aber wey. Das stört mich nicht sonderlich. Ich hab eh so ein Vertrauensproblem an ausländische Hotels, etc. Oh, der zieht noch recht viel ab. Das find ich nicht so schön. Oh, erfass bist du weg. Komm schon. Ich will ein anderes Fliegelpult machen. Aber ich will das. Ja, ich weiß, dass ich besiegt wurde. Uh. So, das braucht man. Hab ich's nicht eben erst geheilt? Was ist jetzt eigentlich da oben? So ist das so eine Stufe. Ja, gegen Smor möchte ich nicht kennenlernen. Ich will wissen, was das für ein Item ist. Waterstone, Alter. So, ich will nix verpassen. Okay, hab ich nicht. Nur zur Sicherheit. Na, Matrose? Nur zur sicher mit mir kämpfen. Ich sollte auf einem Flugzeug arbeiten. Wurde aber gefeuert, weil ich aus der Kambüse gegessen hab, oder so. Kambüse, wie heißt denn das auf dem Schiff? Spoonie. Spoon, 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 spoon. Struggle Bug. Oha. Ach, kapiert sieht man das ab. Schwung, spoon. Chinnmunk. Du bist irgendwie nie so so stark, habe ich das Gefühl. Komm, lehren jetzt mal ne Elektro-Tank. Komm schon. S-O-A-Säure-Folek, der war weg. Oh, es kam nicht über was. Wir probieren es mal aus. Wenn es nämlich schneller ist, dann... Oh, verdammt. Gut, gehen wir zur Orch-Kings. Kleine Katze. Ich hab so langsam, äh, unterlevel ich. Ich glaub, ich muss mal off-screen vielleicht trainieren, eventuell. Was ich eigentlich nicht so cool finde, aber na gut. Oh, der ist weg. Der ist sowas von weg, dieses Magikor. Oder auch im Deutschen Karpador. 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 Nein, 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 nein. Yeah. Sie. Na, what a Pokémon? What am doing here? Jetzt frag ich mich auch, was du da tust. Ähm, Pokémon. Na gut. Why do they get in my way? I was training. Ah. Blackbell Chana would like to battle. Alter, was ist das? Ist das ein Wollschwein? Leech-Seat. Oh. Zum Glück haben wir Edelsamen gemacht. Ich hab mir schon fast gedacht, dass es kampfmäßig was draufhaben könnte. Okay. Komm schon, heile dich. Yes. Komm, im nächsten Rasier- äh- Drankenhieb oder was auch immer das ist, müsste es doch klappen. Ja, so hat's geklappt. Leech-Seat. Was auf ihn? Oh nein, ist das ausgewichen? Vielleicht sollten wir mal austauschen. Oh, nur wen? Menke? Das ist sogar noch so schwächer als das andere. Nein. Oh, Leech. Das find ich nicht so schön. Mud Slap. Oh, shit. Wie da jetzt die Criticals da verteilt. Oh, man. Erstmal aufheilen, sonst bin ich hier gleich weg, ey. Okay, sieg mir hier. Sieg mir hier. Das ist noch mal geil. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, wie der Slowkicks rausschaut. Wow, critical. Komm schon. Oh, scheiße. Jawoll! Wir haben... Shit gefressen. Wir hoffen, dass ihr exzelt. Exzelt. Ja, war ja klar, dass wir wieder hier anfangen. Ja. Gut. Gut, Leute. Ich muss ein bisschen trainieren. Was mache ich dann offscreen, weil ich glaube, das will nicht um den Gitter sehen. Vielleicht nehme ich es nebenbei auf und mache dann eine Art... Was ist jetzt los? Guten Tag, Schmitty. Hi, this is Richey. Remember, the last time we battled, let's rematch. I promise, it won't be a repeat of last time. Come find me around, Ritten01. Click. Dude, dude, dude. Ja. Wir machen dann im nächsten Part oder ich mache das vielleicht offscreen mit diesem Typen. Mal gucken, wie ich das genau mache. Und trainier so ein paar Level nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, Leute. Tschüss. Tschüss. Och. Untertitelung des ZDF, 2020